Es wird noch eine Safe übernehmen, wenn wir durch die Hintertür kommen. Schrauben wir sie noch ein bisschen um. Der oder die Priesterin wird in der Kirche sein und predigen. Schätze ich mal. Gut, ich denke mal. Ich meine, wir müssen jetzt nicht Evangelien sein, aber nicht Katholiken. Wenn es eine Priesterin ist, schließt schon orthodox und katholisch aus. Ich glaube, ja, und doch, es ist ja so ein bisschen katholisch, bloß strenger. Na komm. Picknick-Flyer. Ein Picknick mit Daniel? Was ist passiert? Sonntag, Spaßtag. Genießt ein privates Picknick mit Pastorin Fischer und ihrem neuen Jünger Daniel. What the fuck? Oh nein, bitte nicht. Es bestätigt sich immer mehr. Der bietet sich doch hier nicht als Heiliger an, oder was? Oh nein. Nein. Es wird doch hier. Es ist so viel ihr wollt vom Grill. Begrenzte Plätze. 20 Euro Spender. Mittag bis 15 Uhr. Er hat pretty much the same ones. Nee, to church. Hey, it's for charity. Me. So sprach in der Land. We're so in die. Look at the world. Faith. We hear that word a lot. But faith is not just a word, my brothers and sisters. Oh nein, was ist faith? Erinnern Sie, Luke 18, 27, was unmöglich für Menschen ist unmöglich für Gott. Mit dieser rechtlichen faith kommt die Heilung von deinen Seidern. Kannst du das Invisible Bridge über die Heilung? Nein, was ist es? Our great faith, the lord sent me the ultimate gift, an angel, a child grace of power of god. We are miracle we have all been praying for waiting at once cannot get a hallelujah do you have faith in his power? Die Neue ist jetzt überhaupt in der Sekte. Der Engel, Daniel! Maschutchen, meine Hose, eine christliche Sekte geworden. Nein, Daniel! Steh nicht mit deinem Fisch her. Du bist kein Gott. Spiel nicht mit Gott. Du wirst keine Arsch in die Hose gehen. Du bist kein Gott. Bekommst dieses Miracle! Danke, Daniel! Believe! Ich kann nicht glauben, dass du siehst! Du fühlst deine Säme? Rißen! Wie die Crosse! Blast du, Daniel! Ja, ich werde dich eines dient. Ich will für dich nicht in dir kommen. Ja,uta, reagieren wir! With your own eyes. Now we have a voice. A messenger. Our flock keeps growing. I see more and more new faces. But this is only the beginning. You must spread the word. Bear witness to this miracle. Thank you. So much for coming. And God bless all of you. Amen. I would like to take the sound of Jesus from Smollet. If he is in doubt. He doesn't see. I don't feel like he does that like. His expression is not really. He doesn't see. He doesn't see. I have a little bit of a weird feeling. He will be used. He will be used. Please talk to me outside. Bless you for coming today. He will be used. Against a warm room and a shelf in the head and something to eat. That's why he will be used. This is a fact of mine. Of course I don't know. Ich glaube, dass das so ist. Nein, Entschuldigung, ich bin einfach so sick. Oh, das tut. Das ist zu schlecht. Hey, was ist deine Augen? Das ist eine lange Geschichte. Das ist okay. Mein Name ist Sarah Lee. Was ist dein? Ja, ich bin Daniel's Bruder. Aber ich brauche etwas Hilfe. Das ist dein Bruder von Jacob? Als er in Kalifornien war? Ja. Wie warst du, dass er in Kalifornien war? Ich war mit ihm. Das ist wie wir uns haben. Du bist Daniel's Bruder? Wirklich? Er immer spricht über dich. Hey, nicht zu laut. Ja, ich bin Daniel's Bruder. Aber ich brauche Hilfe. Das ist tatsächlich eine der wenigen guten Sachen des Christentums. Den nächsten Lieber müssen das helfen. Anderen Lieber. Meiner Meinung nach. Was macht Daniel hier? Er ist unser Miracle. Und der Herr hat ihn direkt an unsere Mutter. Ich mag ihn. Er ist wirklich nett und lustig. Wir spielen zusammen. Aber ich hab das immer alle Zeit. Versteht mich nicht falsch. Ich hab nichts gegen den Glauben selbst. Ich hab nichts gegen... Ich glaub auch selbst irgendwie so ein bisschen. Bin mir selbst da nicht mehr so ganz sicher. Aber ich bin der Ich bin einfach der Überzeugung Das ist einfach, dass der Glaube Darf kein Ersatz für den Wissen sein Und der Glaube darf Es ist sowas wie Wunder Und es ist Halleluja Es ist er ist der Ermächtigte So ein kirchlicher Schwachsinn Es ist Es ist jetzt hier nicht Die Plattform nun da, um über sowas zu diskutieren Aber Versteht mich nicht falsch Ich will hier keinem den Glauben Aberkennen Und hier keinem irgendwie Irgendwie was wegnehmen Aber Ja Meine Meinung In Sachen Kirche sind so ein bisschen Sehr zwiegespalten Eigentlich nicht Eigentlich nicht zwiegespalten Eigentlich eine ziemlich eindeutige Meinung Zur Kirche Kirche und Glauben Sollte man meiner Meinung nach stark trennen Das muss nicht Glauben muss nicht unbedingt mit Kirche Was zu tun haben Das ist der Punkt Sie kann nicht zündigen Es ist Versteht Das ist halt Da sind wir wieder Das ist so Da juckt es mich wieder in den Fingern Das ist da Das ist das Der bin ich schon wieder Das ist Das ist Er juckt es mich überall Körperlich hier Ich habe so Das ist ein richtig schlechtes Gefühl Hier bei der Sache Gerade jetzt Wo sie gesagt hat Die Pastorin Die ist heilig Die darf Und die kann nicht Die ist gut Die kann nicht Sünderisch sein Das ist das Stinkt ja sehr nach Sekte Es ist doch nicht deine Schuld Hübscher Topf Haarschrutz Ja definitiv Warum war das jetzt eine Entscheidung für ihn Was ist das Hübscher Nein Nicht so Nicht so wie deine Haare Ich Shut Es ist anders Ich mag es Sean Ich wollte dich da nichts Ich konnte Ich war so Angst Ich habe sogar Ich dachte du bist Und Und? Es ist okay. Wir sind jetzt zusammen. Ja. Also, bist du mit uns jetzt? Ich... Wir müssen immer noch nach Porto Lobos gehen. Aber wir brauchen nicht. Wir haben ein neues Haus jetzt. Schau. No, es ist so awesome. Wir haben eine Chance zu processen. Ich bin sicher, dass das alles... ... so... ... überwältigend ist. By the way, mein Name ist Lisbeth Fischer. Wir haben alle gebeten für Ihre Sicherheit zurück. Sean. Du musst jetzt ein信ierst in unsere Lord, auch. Well... ... nicht wirklich. Nein. Also, Daniel war falsch? Ich weiß nicht, ob ich Ihnen euren Gott... ... und... ...beliefer. Aber erst... ... ich brauche Sarah Lee... ... und Daniel... ... um das Medizinkit zu holen. Wir müssen uns auf unseren Gästen nehmen. Ich weiß nicht, ob ich Ihnen euren Gott... ... und... ...beliefer. Daniel... ... und von einer anderen Gott brauchen. Okay, reverend Mutter. Es muss sich noch herausstellen. Wer euer Gott ist. Natürlich. ... für Daniel zu haben. Du musst wissen, dass der Lord... ... hat große Pläne für ihn. Sicher hat er das. Gott? Oder du? Gott? Natürlich. Das ist ja. Das ist ja. Das ist ja. sehr seltsam. Er hat alles, was er braucht. Genau hier. Es klingt mehr seltsam, um... ... eure... ... principale Attraktion zu halten. Das ist eine der schlechten Sachen, die Kirche. ... du sagst hier... ... ob du es magst oder nicht. Daniel klingt mehr wie ein Prisoner... ... als ein Gast. Es klingt mehr wie ein Prisoner... ... als ein Gast. Es klingt mehr wie ein Gast. Es klingt mehr wie ein Gast. Es klingt mehr wie ein Gast. All of sins, I know about that poor man you beat down back in Washington. Ja, ja, ich bin an Amazon. Das ist ein Terrible sin. ... und bis du für ihn machst... ... ich kann's accept you here. Was? Are you serious? I'm sorry, my son. I'm not your son. And Daniel isn't gonna be your golden cow. Daniel? Come on. Why don't we ask him what he wants to do? Do not touch me. What the fuck? Mhm. What did you do? Nothing. You spilled blood. In the Lord's... ... home. What happened? Your brother... ... came near me... ... acting like a criminal. But he... ... can be saved, Daniel. She's right. You showed up. And look what happens. Like all the time. I... I will pray for you. And... She's trying to manipulate you. Let me lead you... ... to the one... ... true... ... that never... ... goes back. I want to be your friend. You're crazy. Let's get out of here, Daniel. He won't come back. He won't come back. I want to stay. Just go. There's your answer, Sean. We're together again. So we can go. Right? Come on. Get off me, dude. What? Daniel! Let me go, asshole! Daniel! They're not your family. You just need faith. Daniel! It's okay, Sean! Daniel! It's okay, Sean! It's okay, Sean! It's okay, Sean! Daniel! It's okay, Sean! ... to the Christian. I will be bereuen. Come on, kid. Don't make me do this. You're not gonna win! You Wichser! Daniel! Daniel! That you call me Christ! Entschuldigung. Ja, ich bin ein bisschen. Daniel, hey! Daniel? Sean? Karen? Du wirst nicht so sein, wie das. Die Karen ist in der Kirche. Die Karen predigt von der... ...und ganz servus. Sorry, das war jetzt... ...das war echt eine Karen-Szene. Ich habe geschubst, ...eure blutbefleckten Kirche. Ah, diese Tricks-Wichser. Das war so klar. Ich hätte gehofft, dass man mal ein bisschen... ... 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